Wie löst man Textaufgaben vom Typ Arbeit und Leistung mit quadratischen Gleichungen? Das sehen wir in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Educanova. Bei dieser Aufgabe arbeiten zwei Maurer zusammen und benötigen dafür zwölf Tage. Einzeln würde der eine zehn Tage länger brauchen als der andere. Wir wollen nun berechnen, wie lange jeder alleine für diese Arbeit hätte. Die Aufgabe ist vom Typ Arbeit und Leistung. Der erste Maurer erledigt pro Tag ein Y plus Zehntel. Der zweite Maurer erledigt pro Tag ein Y-Stel. Zusammen schaffen sie pro Tag ein Zwölftel. Multiplizieren wir die Gleichung mit dem KGV der Nenner. Bringen wir die Gleichung in die Allgemeinform. Setzen wir die Werte in die quadratische Auflösungsformel ein und berechnen wir die Lösungen. Nur die positive Lösung ist ein sinnvoller Wert. Maler 1 braucht somit 30, Maler 2 20 Tage. Maler 1 Maler 1 Maler 2 Vielen Dank.